Ein tolles Projekt und ich bin ganz sicher, dass es viele Projekte in Hessen gibt, die Sie einreichen können. Denn Sie können bei der Umweltlotterie genau mitmachen und eben Geld für Ihre Projekte bekommen. Denn die sind ja alle nicht ganz so preiswert, wenn man sich da engagiert. Wenn Sie mitgespielt haben, schauen Sie mal auf Ihren Losschein. Denn vor wenigen Minuten wurde die Nummer gezogen, die den Hauptgewinn in sich hält. Das ist die 087770 und es gewinnt ja auch immer ein ganzer Landkreis mit. Also Darmstadt-Dieburg ist es in diesem Fall. Und selbstverständlich schauen wir uns die Gewinnausschüttung der heutigen Ziehung an. Also einmal wird der Hauptgewinn ausgezahlt von 10.000 Euro, einmal 2.500 Euro, 4 mal 500 Euro, 50 mal 50 Euro, 227 mal 10 Euro, 903 mal 5 Euro. Und so ein Projekt, wie wir es gerade eben im Film gesehen haben, ist ja nur ein Beispiel für vieles. Aber 5.000 Euro gehen an das nächste Projekt, nämlich an den Eulenschutz in Südhessen. Da werden nämlich die Lebensbedingungen für die Steinkäuze verbessert. Tolles Projekt, vielen Dank an alle, die mitgespielt haben und sich engagieren. Und wenn es diesmal nicht geklappt hat, vielleicht einfach wieder beim nächsten Mal mit dabei sein.